Ich bewerte heute alle 76 Brawler vom schlechtesten Brawler bis hin zum besten Brawler in einem einzigen Video. Wir haben die neuen Brawler aus dem Update dabei. Balance-Einanderung, Hypercharges und eine völlig neue Meta. Viel Spaß! Creator Code? Jo Jonas! Und damit legen wir los. 76 Brawler und der letzte Platz geht an Duck. Duck ist aktuell einfach unfassbar schlecht. Man kommt kaum an andere Brawler ran und wenn er seine Ulti auflädt, ist es halt nur extra Leben. Er macht zu wenig Schaden und vor allem die ganzen Nahkampf-Brawler haben Hypercharges, die meisten, und können damit easy killen. Deswegen der letzte Platz. Direkt auf dem vorletzten Platz sieht es ähnlich aus. Und zwar Frank. Den sehen die meisten Pros sogar aktuell noch schlechter als Duck. Ich persönlich finde Frank einen Ticken besser, aber immer noch sehr schlecht. Das Problem ist, er kommt super schlecht an die anderen Brawler ran. Er hat zwar sehr viel Leben, das war es aber irgendwie auch schon bei Frank. Seine Ulti ist ganz geil, aber irgendwie kann man seinen Angriffen und seinen Schüssen eigentlich auch sehr gut ausweichen. Das ist halt schwierig. Auf dem 74. Platz haben wir wieder einen sehr ähnlichen Brawler zu den beiden davor. Und zwar Hank. Also wir sehen irgendwie, alle Tanks, die keinen Hypercharge haben, haben es halt aktuell sehr, sehr schwierig. Muss man wirklich sagen. Gerade weil die anderen natürlich einen Vorteil haben im 1 gegen 1. Und ja, was soll man zu Hank sagen? Er ist ganz ordentlich, er hat viel Leben, er kommt auch ganz gut ran. Das größte Problem ist, er kann nicht healen, während er seinen Angriff auflädt. Das finde ich unfassbar lost. Das hatten die ja geändert, weil er am Anfang der stärkste Brawler im Spiel war. Auf dem 73. Platz haben wir Bibi. Bibi war eigentlich immer ganz okay bis zum unteren Teil. Und jetzt ist er halt sehr abgerutscht, dadurch, dass die anderen Brawler, wie gesagt, einen Hypercharge bekommen haben. Sie macht, glaube ich, einfach zu wenig Schaden und ist zu ungefährlich aktuell, würde ich sagen. Im Vergleich zu den anderen Tanks. Auf der 72 haben wir Penny. Ja, was soll man zu Penny sagen? Sie ist ein ganz guter Control Brawler, aber macht eben einfach nicht so viel Schaden. Und wieder, ihr merkt, die Hypercharges haben einen riesigen Einfluss. Sie kriegt die Brawler nicht down, wenn die einen Hypercharge haben. Sie macht ja eh nicht so viel Schaden und das ist ihr großes Problem, würde ich sagen. Trotzdem ein ordentlicher Brawler für Kontrolle, müsst ihr einfach auch mal irgendwie einen Hypercharge kriegen oder verbessert werden. Dann haben wir auf dem 71. Platz Chester. Den finden viele von euch besser, habe ich gesehen. Ich wurde sehr stark kritisiert unter meinem Ranking. Aber die Pros sagen das auch. Aktuell einer der schlechtesten Brawler. Problem ist vor allem, er hat keine große Reichweite. Im Nahkampf sind Tanks oder Nahkämpfer einfach besser. Das heißt, es gibt eigentlich immer einen besseren Brawler, den ihr statt Chester nehmen könntet. Ganz einfach. Auf dem 70. Platz dann Daryl. Wieder ein Tank ohne Hypercharge. Muss ich nicht lange erklären. Aktuell, wie gesagt, einfach, ja, halt nicht so stark im Vergleich zu den anderen. Genauso wie El Primo. Junge, die armen Tanks. Die armen Tanks. Aber ich habe auch extra geschaut, was die Pros zu sagen. Die stimmen da überein. Aktuell einfach nicht gut. Dann nehme ich lieber halt, keine Ahnung, irgendwas mit Hypercharge. Das ist dann deutlich besser. El Primo hat wenigstens eine Ulti, mit der er rankommt an die anderen Brawler. Ja. Und Ash genauso. Ash auf dem 68. Ich muss es, glaube ich, jetzt nicht mehr lang begründen. Ansonsten wird es auch langweilig. Es ist selber eigentlich wie den anderen auch. Es ist trotzdem ein relativ starker Tank gewesen, bis die Hyperchargers reinkamen und die Konter. Vor allem Shelly. Und auf dem 67. Platz haben wir dann Buzz. Keine Sorge. Das waren erst mal alle Tanks. Aber ihr seht, diese ganzen Tanks ohne Hyperchargers landen ganz, ganz unten im Ranking. Fand ich schon sehr, sehr interessant, ja, so zu bemerken, was für Ähnlichkeiten die alle haben. Buzz ist wenigstens noch im Solo-Showdown ein bisschen besser. Ja, aber auch da gibt es einfach bessere... Im Solo-Showdown geht es noch. Da sind die Hyperchargers auch nicht ganz so präsent. Wir haben auf Platz 66 Gale. Gale wurde schon verbessert. Ist ein ganz guter Tank-Conter. Macht inzwischen auch ein bisschen mehr Schaden. Das finde ich schon mal gut. Aber es reicht aus meiner Sicht noch nicht aus. Die Range ist halt auch nicht allzu hoch. Vielleicht könnte er einfach ein bisschen mehr Schaden oder ein bisschen mehr Leben kriegen. Und wenn Wände da sind, hat er sowieso ein großes Problem, weil er da doch weniger Schaden macht. Weil sein Angriff ja so breit ist. Dann haben wir auf Platz 65 Riko. Boah, weiß gar nicht so genau. Also Riko, ich habe mich ein bisschen weit unten gesetzt. Aber so von meinem Gefühl ist er aktuell irgendwie gar nicht dabei, ne? Also auf Maps, wo Wänden sind, kann man ihn immer noch ganz gut spielen. Aber selbst da, keine Ahnung. Dann kommt dann irgendwie so ein Hypercharge-Brawler und nimmt ihn halt raus. Gadget halt sehr stark. Aber nicht gerade seine beste Phase aktuell. Auf Platz 64 habe ich dann Griff. Griff kann mit seinem Gadget die Wände ganz gut aufmachen. Ist vor allem ziemlich geil gegen Tanks. Ja, ich finde ihn halt trotzdem nicht so stark. Keine Ahnung. Woran kann ich es begründen? Vielleicht im ehesten. Ich weiß nicht. Er hat halt nicht die beste Range halt vor allem. Ja, keine Ahnung. Er ist einfach nicht so stark aktuell. Was soll ich sagen? Platz 63 ist Mandy. Mandy hat eine sehr gute Reichweite. Problem ist, viele Maps sind eher dicht. Und gegen die Hypercharge-Brawler hat sie eh jetzt nicht gerade die besten Chancen. Ist einfach nicht stark aktuell. Auf Platz 62 habe ich Sam gesetzt. Sam, auch ein weiterer Tank ohne Hypercharge. Man kann zumindest sehr aggressiv auf den Spielen gegen Brawler mit wenig Leben. Das heißt, er hat so ein bisschen eine andere Aufgabe als die meisten Tanks. Er hat halt ein aggressiverer Tank, aber trotzdem nicht stark. Auf Platz 61 haben wir Carl. Carl eigentlich, würde ich sagen, ist ganz solide. Hat halt keinen Hypercharge. Alle Brawler ohne Hypercharge sowieso im Nachteil natürlich. Hat so eine fliegende... Ich meine, ihr wisst, wie der Brawler funktioniert. Ich denke, bei Carl ist wieder das Problem, er kann sich auch im Nahkampf sehr schlecht wehren. Weil die Achse immer wegfliegt und lange braucht ihm zurückzukommen. Gerade gegen sehr viele Tanks und die aggressive Hypercharge-Meter nicht so optimal. Platz 60 ist Max. Ich weiß gar nicht, ob sie genervt wurde. Sie war so lange irgendwie einer der besten Brawler und immer stark. Und so langsam, Stück für Stück, rutscht sie immer weiter nach unten. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie genervt wurde. Aber vor allem wurden die anderen Brawler halt immer wieder verbessert. Und ja, Max inzwischen einfach nicht mehr so stark, muss man wirklich sagen. Die Ulti ist ganz geil. Vor allem Schaden halt nicht so gut. Und die Range natürlich auch nicht. Platz 59, Gene. Genau das selber. Also die neue Meta ist echt spannend. Gene war auch so lange einer der besten Brawler. Ich glaube, man kann schnell zusammenpassen, warum er nicht stark ist. Wegen seinem Schaden. Der Schaden fehlt einfach extrem. Man braucht viel Schaden in der aktuellen Meta. Er macht keinen Schaden. Der Pull ist geil. Aber ohne Schaden geht halt gar nichts. Dann Platz 58 haben wir tatsächlich Ruffs. Ruffs war auch lange Zeit einer der stärksten Support Brawler. Das Geile ist vor allem natürlich seine Ulti, die besonders gut in 3 gegen 3 ist. Ein Showdown ist er, finde ich, nicht so gut zu gebrauchen. Und das Problem bei Ruffs ist eben wieder, ich glaube, er macht vor allem zu wenig Schaden. Ja, und hat halt auch wie gesagt keinen Hypercharge. Dann kommt Poco. Auch der hat keinen Hypercharge bekommen. Leider. War ja so ein bisschen im Starpack angeteast. Am Ende wurde es dann ein Skin und kein Hypercharge. Perfekt. Ich hätte lieber den Hypercharge genommen. Wobei, beides ist eigentlich cool. Ja, Poco war einer der stärksten Supporter. Aktuell, ich glaube, sein Gadget wurde auch leicht genervt. Vor allem und sein Heal insgesamt. Und er war davor halt immer sehr, sehr stark. Er ist auch wirklich kein Brawler, der so viel Skill braucht, finde ich. Deswegen, ja, ist es okay auf dem Platz, auf dem er gerade ist. Platz 56 ist dann Jeanette. Jeanette einfach wurde gebufft sogar. Der erste Brawler-Ziel, der auch verändert wurde, glaube ich, in der Liste. Genau. Und in den neuesten Balance-Änderungen macht sie nämlich mehr Schaden ein bisschen. Und lädt schneller ihre Ulti auf. Das ist ein guter Weg schon mal, aber macht sie immer noch nicht stark, muss man wirklich sagen. Ihr Gadget wurde sehr stark verschlechtert. Das stirbt jetzt mit der Zeit, weil es Leben verliert. Und sie macht zu wenig Schaden für die aktuelle Meta. Dann auf Platz 54 haben wir Brock. Der wurde nicht verändert. Ne, wurde nicht verändert. Ich liebe Brock. Ich finde Brock unfassbar gut, aber ich spiele ihn halt selber irgendwie nur gut. Also ich komme mit dem Brawler gut klar, sagen wir es so. Aber insgesamt ist Brock in der Meta leider aktuell wirklich nicht gut. Auf den Maps ist er okay, aber gibt es auch bessere Distanz-Brawler. Platz 54 habe ich Stu. Ich hoffe, ich habe ihn nicht zu weit nach unten gesetzt. Ist vor allem ein sehr krasser Skill-Brawler. Also manche werden sich da vielleicht aufregen. Also wenn ihr ihn gut könnt, kann er auch mit der stärkste Brawler im Spiel sein. Aber man kann jetzt halt nicht nur noch Skill bewerten, logischerweise. Man muss sich anschauen, wie der Brawler an sich ist. Und da muss man wirklich sagen, gibt es aktuell bessere Brawler. Ich glaube, er macht vielleicht wieder zu wenig Schaden gegen die Hyper-Charge-Brawler. Könnte ich mir vorstellen. Platz 53 habe ich Mr. P. Ich habe echt Mr. P. über Stu gesetzt. Vielleicht auch ein bisschen, weil ich Mr. P. auch mag. Mr. P. wurde zuletzt auch wieder häufiger gespielt. Boah, ich bin mir echt unsicher, ob ich ihn vor Stu setzen sollte. Ich habe mich jetzt aber schon entschieden. Wir lassen es jetzt so. Also Mr. P. Sehr guter Brawler, um auf Dauer Druck zu machen. Vor allem für 3 gegen 3. Und wenn ihr einmal die Station habt und Kontrolle habt, ist er halt, finde ich, ein guter Supporter. Macht aber wenig Schaden dafür. Deswegen ist er weiter unten. Platz 52 ist M. M ist eigentlich ein ganz guter Konter gegen Tanks. Dir fehlt auch vielleicht so ein bisschen der Hyper-Charge. Ich glaube, wenn ihr einen Hyper-Charge bekommt, ist eh interessant nochmal. Und hat halt nicht die beste Range. Und ich glaube, ihr Problem ist, dass viele Tanks auch noch aktuell weit unten platziert werden, weil sie ja noch keinen Hyper-Charge haben. Weil auch viele schon einen Hyper-Charge haben. Platz 51 ist es Grom. Die Schüsse von Grom kann man relativ leicht dodge denn sagen. Zumindest die Pros finde ich jetzt nicht unbedingt. Grom macht ordentlich Schaden, kann man schön mit rein spammen und ist ein solider Werfer. Wir sind ja auch langsam jetzt hier im Mittelfeld. Viele Brawler sind auch gut gebalanced. Das ist schwer, sich auch zu entscheiden, muss ich ehrlich sagen. Deswegen auch gerne eure Meinung in die Kommentare. Ist halt sehr knapp teilweise, logischerweise. Platz 50 ist Tara. Tara mit einer sehr, sehr krassen Ult hat die Schatten. Ist einfach ein solider Brawler. Hat es halt nicht die krasseste Range und hat halt keinen Hyper-Charge. Platz 49 ist Lola. Hat die Schatten, macht ordentlich Schaden in den Tresorraub. Hat es nicht die krasseste Range wieder. Sie ist halt einfach ganz okay im Mittelfeld. Platz 48 habe ich Willow. Was kann man zu Willow sagen? Das Ding ist, ich finde ihre Ulti in manchen Modi nicht ganz so geil. In Brawler zum Beispiel ist es sehr krass. Dann könnt ihr ja zum Beispiel ein Tor mit dem Gegner schießen, wenn ihr den erobert, sage ich mal. Ja, macht ordentlichen Schaden. Ist einfach ein ordentlicher Werfer im Mittelfeld. Platz 47 Mac. Mac hat sehr viel Leben. Startet jetzt ab jetzt auch immer direkt mit ihrer großen Station, sage ich mal. In ihrem großen Geschütz, wie auch immer. Was schon mal einiges besser auch für Showdown ist. Hat aber vor allem eher viel Leben. Hat es halt, finde ich, nicht den allerkrassesten Schaden auf Distanz. Das sprayt sie halt eher. Und ist deswegen vor allem, finde ich, ganz gut für Hotzone. Oder halt um Kontrolle zu halten. Platz 46 ist Cold. Auch der wurde verbessert. Und zwar, der kann schneller nachladen. Und zwar sogar 15% etwa. Das ist schon ordentlich. Das macht sich schon mal einiges besser. Hat dazu einen Hypercharge. Ist halt ein krasser Skill Brawler. Ich finde den langensweit sehr, sehr schwer zu spielen. Und ja, also meistens kann man halt doch die Schüsse ganz gut dodgen. Da muss man schon sehr krass sein, um zu treffen. Platz 45 haben wir Jackie. Ich hoffe, ich habe sie nicht zu niedrig gesetzt. Sie hat ja auch einen Hypercharge. Aber ich fand Jackie jetzt nicht so krass. Also mit dem Hypercharge ist sie halt ganz geil. Aber zum Beispiel als auch in Solo-Showdown sind die Hypercharges ja auch nicht zu gebrauchen. Das darf man auch nicht vergessen. Und dann habe ich auch natürlich mit in die Liste einfließen lassen. Platz 44 EVE. EVE ist relativ einfach. Überall wo Wasser ist, ist sie total OP und einer der stärksten Brawler. Auch mit Hypercharges. Und wo halt kein Wasser ist, ist sie eher unteres Mittelfeld. Weiter unten. Das heißt, ich denke EVE sollte ein Brawler werden, der eigentlich nie total OP oder nie schlecht wird. Sondern immer okay ist und immer auf Wassermaps gespielt wird. Einfach wegen dieser speziellen Fähigkeit. Platz 43 ist Sprout. Solider Werfer. Kann Wände setzen. Ist auch ganz dann ganz geil. Vor allem auf Maps halt, wo er dann irgendwie die Brawler gut einsperren kann zwischen den Wänden. Und kann dann sehr nervig werden. Genau. Platz 42 ist Pam. Pam ist vor allem sehr, sehr krass wieder in Hotzone oder in Maps, wo sie Kontrolle halten soll. Weil sie eben sehr viel Leben hat und healen kann. Wird von vielen sehr krassen Taschettes sogar. Also Hotzone ist einer der stärksten Brawler überhaupt. Hat ein sehr starkes Gadget vor allem. Und ja, das Problem von ihr ist halt ein bisschen, sie macht jetzt nicht so unfassbar viel Schaden auf Range. Also ich glaube auf Platz 42 ist sie schon ganz fair platziert. Platz 41 ist Bonnie. Bonnie hat viel Leben. Hat das Problem, dass sie sehr langsam dafür ist. Und macht auch nicht so viel Schaden. Aber ich finde sie immer einen soliden Brawler. Gerade zum Beispiel, man kann sie zum Beispiel auch auf den Showdown, finde ich, ganz gut spielen. Ja, wie gesagt, nur andere Brawler wurden halt wieder sehr verbessert. Also ich finde sie könnten auch ein bisschen mehr Schaden gebrauchen. Und dadurch, dass sie halt so langsam ist, kann man sie halt auch ziemlich leicht treffen. Dafür ist ihre Ult wieder sehr gut, um auf Distanzkämpfer drauf zu jumpen. Das finde ich auch wieder geil an ihr. Platz 40 ist Ember. Ember wurde tatsächlich auch verbessert. Sie macht ab jetzt 10% mehr Schaden. Das ist schon ordentlich. Ember war früher sehr OP. Dann wieder eher schlechter. Jetzt finde ich sie, ich habe sie jetzt mal so im Mittelfeld platziert. Mal gespannt. Ich habe sie jetzt noch nicht so viel gespielt. Also vielleicht wird sie sogar noch aufsteigen. Aber ich denke, Ember, ja, ein solider Brawler. Man kann sehr viel draufspammen. Und dann ist die Munition halt wieder weg. Das ist so das Problem. Und von vielen Distanz-Brawlern wird sie auch outranged. Also die haben halt eine höhere Reichweite und dann kann sie halt nicht treffen. Das ist ihr Problem so ein bisschen. Jetzt habe ich mich ganz schön mit Platz 39 getan. Da habe ich jetzt Chuck hin platziert. Junge, ich bin so unsicher, wo ich Chuck hin platzieren soll. Auf manchen Raps ist er einer der stärksten Brawler, wenn er diese, vor allem Tresor, auf halt die ganze Strecke einmal abfahren kann. Man muss sehr gut mit den Stations umgehen können. Er ist aber jetzt nicht völlig OP. Ich finde, im Mittelfeld ist er da verdient platziert. Und auf manchen Raps ist er, wie gesagt, sehr stark. Und jetzt sind wir tatsächlich im vorderen Mittelfeld. Also genau in der vorderen Hälfte. Also noch aktuell natürlich ziemlich im Mittelfeld. Und dann ab jetzt die oberen Ränge fast. Wir kommen zu Gas. Gas wurde verbessert. Ich hau kurz. Und zwar 7% Schaden würde ich etwa schätzen. Extra. Also wurde verbessert. Er war einer der stärksten Distanz-Brawler im Spiel. Auch wenn die Spieler weiter unten nicht so viel gespielt haben. Sein Schild ist sehr stark. Macht halt nicht so viel Schaden. Aber ist ein geiler Supporter. Den wir bestimmt, wenn er einen Hypercharge bekommt, bestimmt noch mehr sehen werden. Nicht vergessen, alle Brawler, die jetzt weiter oben sind, keinen Hypercharge haben. Die werden ganz krass werden, wenn sie erstmal einen Hypercharge haben. Bad 37 ist Byron. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nicht zu hoch platziert. Der wurde verbessert. Der lädt ja seine Ulti schneller auf. Alles schon vor einiger Zeit. Seitdem finde ich ihn eigentlich ganz solide. Vor allem mit dieser Fähigkeit zu heilen oder eben auch Schaden zu machen. Ist er super für 3 gegen 3. Aber auch gut in Duo-Schaudern. Und in Solo ist er halt trash, logischerweise. Dann haben wir Otis auf Platz 36. Der ist vor allem ganz gut gegen Tanks. Vor allem gegen die Hypercharge-Brawler, wenn die sehr, sehr aggressiv gehen. Kann er eben seine Ulti nutzen und dann können die nichts machen. Das finde ich bei Otis halt ziemlich geil. In der aktuellen Meta. Macht ordentlich Schaden. Hat ein ordentliches Gadget. Und vor allem seine Ulti ist halt, wie gesagt, so perfekt. Und einer der stärksten Ultis auch im Spiel. Platz 35 ist Jessie. Die ist gut aufgestiegen. Die hat jetzt den Hypercharge bekommen. Und ja, was soll man kurz zum Hypercharge sagen? Der ist halt geil. Gerade für Tresorrop mit dem doppelten Leben von ihrem Geschütz. Das ist halt schon ziemlich OP. Ohne den Hypercharge ist sie aber halt nicht so geil. Macht jetzt nicht so viel Schaden. Sie macht halt Flächenschaden natürlich. Hat jetzt nicht so viel Leben. Also eigentlich vor allem mit dem Hypercharge ist sie jetzt eben ordentlich für mich aufgestiegen. Vor allem für Tresorrop zum Beispiel. Oder Modi, wo ihr halt viel Schaden braucht. Platz 34 B. Hoffentlich jetzt nicht zu hoch platziert. B war früher einer der stärksten Brawler im Spiel. Dann haben sie sie verschlechtert. Die macht inzwischen ja weniger Schaden. Ist aber immer noch solide. Gerade gegen Tank sehr stark. Auf Distanz natürlich sehr stark. Hat halt nicht so viel Leben. Logischerweise. Aber wir sind Distanz Brawler. Platz 33 ist Mortis. Der ist krass aufgestiegen. Inzwischen wird mit der Starpower sein weiterer Dash, also dieser längere Angriff, halt schneller auf. Und automatisch auch weiter auf, auch wenn ihr angreift, soweit ich weiß. Und er hat noch ein neues episches Gier, dass die Fledermäuse schneller fliegen. Und das soll auch nochmal super stark sein, weil ihr dann ganz leicht zwei oder drei Gegner auf einmal trefft mit eurer Ulti. Und dann direkt die nächste Ulti habt. Vielleicht sogar noch höher in Zukunft platziert. Mal schauen. Aber 33 ist da. Ist schon mal ordentlich. Er war nämlich lange Zeit unter den fünf oder zehn schlechtesten Brawler im Spiel. Und jetzt ist er schon mal solide. Platz 32 habe ich RT gesetzt. Skyline RT ist gut im Nahkampf und im Fernkampf. Also zum einen seine Ulti halt. Und zum anderen halt die normalen Schüsse. Und er kann Gegner markieren. Hat eine ordentliche Range. Ordentlich Leben. Ich finde keine so richtige Schwäche bei ihm. Und das finde ich an dem Brawler auch solide. Platz 31 habe ich Nita. Ja, guter Brawler. Kein Hypercharge halt natürlich wieder. Hat einen Bären zum Supporten. Gerade an Maps, wo die Wände sehr gut stehen. Er kann um die Wände so ein bisschen rumschießen. Oder an den Wänden eher vorbei. Das ist halt auch nochmal ziemlich geil. Und ja, ich weiß nicht. Ist halt ganz geil. Macht Flächenschaden. Ist vor allem in 3-Wars ist 3 gut. Logischerweise halt schwächt er natürlich die Reichweite. Also auf offenen Maps natürlich schaßenlos. Aber jeder Brawler hat seine Schwächen. Platz 30 ist Surge. Der wurde tatsächlich verbessert. Der ist jetzt auch Legendär. Der hat tatsächlich ungefähr so 7% mehr Leben. 400 Leben mehr auf maximalen Level. Das macht schon was aus. Das Problem ist vor allem eben, man muss eben erstmal die erste Ulti bekommen. Ansonsten ist er chancenlos. Wenn er das spawnt, ist der langsam und hat keine Chance. Dann kriegt er Speed und dann erst die Range. Und da muss man halt erstmal hinkommen. Gerade für 3 vs. 3. Und da hilft es, finde ich, eben schon mal, wenn man mehr Leben hat. Und dadurch aggressiver gehen kann. Deswegen Surge im vorderen Mittelfeld, denke ich, gut aufgehoben. Hat noch keinen Hypercharge. Platz 29 Buster. Die haben das Gadget verschlechtert, dass das Gadget, mit dem man ranziehen kann, nicht mehr verlangsamt. Dadurch ist Bastards schon mal für mich ein gutes Stück abgerutscht. Weil dieses Verlangsamen schon echt sehr OP war von mehreren Gegnern, wenn man die ranzieht. Aber ansonsten immer noch gut. Wenn seine Ulti automatisch aufladen, kann Gegner reflektieren, die auf und drauf schießen. Ist echt solide gewesen. Aber das Gadget musste auf jeden Fall verschlechtert werden. Dann habe ich tatsächlich... Boah, ich bin mir echt unsicher. Ich habe Crow platziert. Und Crow war zuletzt bei den Pros unter den Top 20 schlechtesten Brawlern. Weil er eben einfach ziemlich stark verschlechtert wurde. Er hatte ein schlechteres Gear, was nicht mehr so viel Schaden macht mit dem Gift-Zauber. Mit dem Gift und ein schlechteres Star-Power auch. Also insgesamt einfach weniger Schaden. Und gegen die ganzen Tanks und Hypercharge-Brawler noch schwieriger. Und seine Ulti und sein Hypercharge laden so langsam auf. Das ist das Problem. Vor allem der Hypercharge dauert ewig. Ihr habt ihn fast nur einmal im Spiel, wenn überhaupt. Dadurch ist er mit dem Hypercharge schon stärker. Aber der Hypercharge lädt so langsam auf. Das ist einfach das Problem. Aber er ist schon mal so wieder, finde ich. Dann habe ich Tick. Tick wollte ich erst auf so Platz 60 setzen. Oder 50. Aber ich habe nur mal überlegt. Also Tick ist vor allem halt geil in Lockout oder Kopfgeldjagd. Einer der stärksten Brawler. Weil er eben immer wieder rein spammen kann. Seinen Kopf aufheben kann. Und immer wieder irgendwie so einen Kill rausbekommt. Deswegen habe ich Tick jetzt noch auf Platz 27 gesetzt. Aber andere Werfer sind noch besser. Oder zumindest einer. Wir haben Squeak als nächstes. Squeak, da war ich mir auch sehr unsicher. Squeak war ja sehr, sehr stark. Die haben das Gadgetfliegen verschlechtert. Das verlangsamt. Deswegen nicht mehr ganz so stark. Und wie gesagt, mit jedem Update, bei dem neue Brawler einen Hypercharge kriegen, werden die anderen Brawler natürlich tendenziell schlechter. Weil die halt nicht verbessert werden. Platz 25 ist Miku. Da habe ich mich echt schwer getan. Also ich habe die Brows mal gefragt, was die denken. Die meisten setzen ihn auch in die Top 20 rein. Viele von euch finden den Brawler absolut kacke. Aber ich sage ehrlich, es ist halt ein Skill Brawler. Muss man wirklich sagen. Es ist ein absoluter Skill Brawler. Ihr müsst sehr vorsichtig mit seinen Attacken sein. Er hat eine gute Star Power. Ist auch gut, um abzuhauen in Showdown. Problem ist halt, er hat die langsamste Nachladegeschwindigkeit im Spiel. Aber er ist halt gut, um abzuhauen. Und um sneaky Kills auf Distanzkämpfer zu machen. Also ich verdiene verdient hier im oberen Drittel. Auf jeden Fall. Dann haben wir Bell. Bell ein guter Distanz Brawler. Vor allem eben mit den Schüssen, die zwischen den Gegnern abbouncen können. Ohne gute Markierung noch gegen Tanks. Ja, und damit einfach stark. Gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Dann haben wir 8-Bit. 8-Bit habe ich echt länger auch weiter unten gesehen. Die Bros haben ihn schon sehr weit oben gerankt. Zuletzt bei den Weltmeisterschaften war er einer der meistgespielten Brawler. Das sagt eigentlich schon alles aus, ne. Problem ist er natürlich die langsamste Bewegungsgeschwindigkeit. Also er läuft halt super langsam. Aber hat sehr viel Schaden und sehr viel Leben. Und auf Distanz ist er sehr stark. Gerade für Tresor Rob und die Station kann euren Teammates helfen. Ich kann euch jetzt gar nicht erklären, warum er jetzt aktuell stärker ist. Aber es ist halt einfach irgendwie so. Oder er wurde eventuell verbessert. Und ich habe es nicht mitbekommen. Ich sehe hier nichts. Dann haben wir Bull. Den wollte ich erst weiter unten platzieren. Denn sein Hypercharge ist schon sehr, sehr, sehr stark. Er kriegt halt super wenig Schaden während dem Hypercharge. Kann da teilweise mehrere Kills rausholen. Und so nur mit dem Hypercharge ein Spiel entscheiden. Und ohne den Hypercharge wäre er absolut trash, sage ich ehrlich. Und würde ganz unten bei den schlechtesten Brawlern landen. Aber mit dem Hypercharge. Es ist krass. Es ist wirklich krass. Es ist da solide. Dann habe ich Grey gesetzt. Auf Platz 21. Da war ich mir nicht sicher, ob ich ihn vielleicht lieber hätte weiter unten platzieren sollen. Aber ich glaube, Grey ist da gut platziert. Teleport ist sehr stark. Gutes Gadget. Macht ordentlich Schaden. Ja, ich finde ihn einfach solide. Muss ich wirklich sagen. Ich finde Grey einfach solide. Vor allem mit dem Teleport. Kann man taktisch super gut und stark im Game einsetzen. Wir erreichen jetzt die Top 20 der besten Brawler. Jetzt wird es natürlich interessant. Das sind natürlich auch die Brawler, die ich euch tendenziell aktuell am meisten empfehlen würde zu pushen. Also es soll jetzt nicht heißen, dass ihr die unteren Brawler natürlich gar nicht pushen sollt. Aber das sind natürlich die, die tendenziell am ehesten aktuell nicht klappen. Platz 20 ist damit Rosa. Mit dem Hypercharge aktuell sehr stark. Nicht vergessen, wenn ich die Brawler natürlich erwähne, kommt es auch immer darauf an, ob ihr die Brawler auch maxed habt. Ich bewerte die Brawler natürlich immer mit ihrer Starpower, mit ihrem Gadget und Hypercharge. Wenn ihr die natürlich nicht habt, dann bitte auch nicht pushen. Ähm, Rosa. Also was heißt nicht pushen, aber dann sind sie auch nicht so stark. Rosa mit ihrem Hypercharge. Ist solide, ist ein guter Tank. Ähm, kann es lowen mit der Hypercharge-Fähigkeit. Ist ganz geil. Dann Platz 19 ist abgestiegen Nani. Nani war sogar unter den Top 10 oder Top 5 der stärksten Brawler zuletzt bei den Pros. Ähm, ich kann da nur zustimmen. Nani war super krass auf offenen Labs. Ist es verschlechtert worden. Der hat fast 10% ins weniger Leben. 400 Trefferpunkte auf maximalen Level weniger. Das ist schon ordentlich. Das ist wirklich schon ordentlich. Also er ist immer noch stark, gerade auf offenen Maps. Macht super viel Schaden. Immer noch einer der stärksten Picks auf jeden Fall, weil er einfach die größte Range im Spiel so ziemlich hat. Ähm, ja, aber wurde halt leicht verschlechtert. Platz 18 habe ich dann Leon gesetzt. Ähm, boah. Ja, ich hoffe, ich setze ihn da richtig. Das Ding ist, er hat so einen der stärksten Hypercharges im Spiel. Muss man wirklich sagen. Der Hypercharge ist absolut krass. Ihr könnt es kombinieren mit zwei extra Sekunden Unsichtbarkeit und Heal. Und er bleibt ja unsichtbar mit dem Hypercharge. Das ist halt krass. Aber er kriegt halt seinen Hypercharge jetzt nicht irgendwie dreimal im Spiel oder so. Das heißt, von den anderen Stats her ist er aktuell eher im Mittelfeld bis unteren Mittelfeld. Also er macht halt jetzt nicht so viel Schaden auf Distanz. Ähm, ist ein solider Supporter oder eher Assassine. Also eher so ein Sneaky Brawler. Und, ja, ich setze ihn mal auf Platz 18. Platz 17 ist Piper. Super viel Schaden auf Distanz. Geile Ulti. Eigentlich immer stark gewesen. Oder zuletzt irgendwie wieder stärker gewesen. Auch warum auch immer. Ähm, ja, ich glaube, mir kann jeder zustimmen. Piper sehr stark. Dann noch ein Plus-Eins-Gel nutzen für eine extra Gadget. Haut auch nochmal gut rein. Und damit hier auf Platz 17. Platz 16 ist Barley. Ähm, Barley wurde jetzt nicht verändert. Ich schau gerade. Nein. Aber er ist echt ein starker Werfer aktuell. Hat eine super Kontrolle, weil sein Angriff eben noch für eine weitere Sekunde etwa auf dem Boden bleibt. Und halt nochmal Schaden machen kann. Seine Ulti hat so eine krasse Range. Kann so viel abdecken an Fläche. Das macht ihn halt zu einem der stärksten Brawler, um Kontrolle zu kriegen. 3 versus 3. Dafür nicht gut in Showdown, fairerweise. Das stimmt. Er ist nicht so gut in Showdown. Charlie. Charlie habe ich auf Platz 15 gesetzt. Viele Pro setzen ihn, sie, immer noch in die Top 10. Ähm, ja, Charlie, ich kann doch kurz vorlesen, was verschlechtert wurde. Ihr Gadget hat einfach 400 Leben weniger pro Spinne. Ihre Ulti lädt sich langsamer auf. Ihre Ulti dauert auch, ähm, nicht so lange. Perfekt. Und, also, ihr erster Angriff kommt, glaube ich, nicht ganz so schnell. Also, ihr müsst überlegen, was es in der Summe ist. Also, vor allem das Gadget war halt so stark. Charlie war zweimal in Folge einer der stärksten oder der stärkste Brawler im Spiel. Die haben ihn, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal verschlechtern müssen. Und trotzdem ist Charlie immer noch stark. Super gutes Gadget, auch wenn es jetzt schlechter ist. Super gut gegen Tanks. Ähm, auf Range vielleicht ein bisschen ein Nachteil, aber Charlie sehr krass. Äh, Platz 14 ist Pearl. Pearl wurde leicht verbessert. Das ist eine etwas höhere Bewegungsgeschwindigkeit. Und damit verdient auf Platz 14. Ist gut auf Range, hat ein sehr starkes Gadget. Und die Ulti ist auch im Nahkampf gut, um Gegner wegzustoßen. Ja, das finde ich bei Pearl eben ziemlich gut. Und ich glaube, auf Platz 14 ist sie hier auch verdient gesetzt. Wir kommen in Richtung der Top 10 mit Platz 13. Jetzt wird es spannend. Platz 13 ist Sandy. Bei den Pros habe ich sie oft in den Top 5 der besten Brawler gesehen. Aber ich finde sie nicht ganz so krass, weil ich natürlich auch mehr Showdown spiele. Die Pros gehen ja meistens eher nach 3 gegen 3, wie Brawlball oder sonst was. In 3 gegen 3 ist sie aktuell sicher einer der stärksten Brawler. Dafür ist sie in Showdown-Anges nicht zu gebrauchen. Die Stärke ist vor allem, dass sie ihre Ulti inzwischen schneller auflädt. Das haben die verbessert. Hat auch keinen Hypercharge, stimmt. Das ist auch nochmal krass. Aber das heißt vor allem, ihr könnt immer wieder eure Ulti aufladen. Ich glaube, mit einem Hit weniger. Und dadurch habt ihr dauerhaft fast eure Ulti im Spiel. Und in diesem Sandstorm sind halt alle eure Mates unsichtbar. Und ihr habt so eine gute Kontrolle. Ihr könnt so gut Druck aufbauen. Wirklich so, also ich würde fast sagen, so ziemlich mit der beste 3 gegen 3 Brawler aktuell. Aber in Showdown halt kacke. Platz 12 ist Shelly. Shelly noch mit Hypercharge. Natürlich auch am Start. Haben die Shelly verschlechtert? Ich weiß nicht. Aber Shelly, keine Ahnung. Wahrscheinlich haben die anderen Hypercharge Brawler sie einfach überholt, gehe ich mal von aus. Aber sie ist immer noch sehr stark. Ist super gegen Tanks. Hat ein super Gadget auch auf Distanz. Und ist halt ein geiler Konter gegen, wie gesagt, gegen jeden Tank. Schwäche ist vielleicht gegen Distanz Brawler logischerweise. Oder auf offenen Maps könnt ihr sie gar nicht spielen. Wobei mit dem Snipe könnt ihr zumindest ein bisschen noch was machen. Ich glaube, sie haben ihren Slow verlangst. Star Power kann sein. Platz 11 ist Colette. Colette ist super stark aktuell. Wurde mir auch direkt von den Pros empfohlen als einer der stärksten Brawler. Liegt daran, dass vor allem ihr Hypercharge unfassbar stark ist. Ihr Hypercharge macht ja doppelten Schaden. Ich glaube, im Tresorraub waren es 20% am Tresor, wenn ich mich nicht täusche. Oder sogar 30% mit einer. Ich glaube, 20% mit einer Ulti. Was ihr am Tresor an Schaden machen könnt. Und diesen Schaden von der Ulti könnt ihr natürlich auch überall nutzen. Auf jeder Map. Also nicht nur im Tresorraub. Im Tresorraub wahrscheinlich aktuell so ziemlich der beste Brawler überhaupt damit. Absolut krass wirklich. Und was kann man sonst noch zu ihr sagen? Das Heal Gadget. Stimmt. Ein unfassbar starkes Gadget, mit dem sie sich selber heilen kann. Kann dann noch aggressiver spielen, um ihren Hypercharge aufzuladen. Und das macht sie aktuell so stark. Einzige Schwäche, würde ich sagen. Eins gegen eins gegen andere Distanz Brawler hat sie ein bisschen im Nachteil. Ist halt eher gegen Tanks ausgelegt. Platz 10. Die Top 10 meiner Liste der besten Brawler aktuell. Nicht vergessen. Ich habe auch sehr viel die Pro-Meinung dazu mir angeschaut. Platz 10 ist Dynamike. Dynamike aktuell einer der besten Hypercharges im Spiel. Die Bomben platzen. Überall kommen noch kleine Bomben raus. Man kann auch sehr gut den Hypercharge allgemein aufladen. Und mit Dynamike könnt ihr euch ja immer hinter einer Wand verstecken. Und dabei eure Ulti aufladen. Das Gadget von ihm ist auch super, super krass. Und damit ist Dynamike aktuell wirklich der beste Werfer. Also spielt ihn unbedingt. Gerade auf Maps, auf denen viele Wände sind. Problem bei Werfern ist halt immer. Bei Maps, die halt keine Wände haben. Die halt offen sind. Ist er halt schlecht. Oder sobald die Wände halt einmal geöffnet werden. Das ist halt seine große Schwäche. Und er hat auch viele Konter. Aber ansonsten ist er super stark aktuell. Platz 9 habe ich Cordelius. Cordelius super, super krass aktuell. Weiterhin wurde glaube ich auch schon leicht verschlechtert. Er lädt halt seine Ulti mit der Schattenwelt automatisch auf. Und diese Ulti, also bei der man die Brawler ja in die Schattenwelt reinholt, ist halt krass. Da kann er fast jedes 1 gegen 1 gewinnen, sobald er die Ulti trifft. Ich glaube die Ulti geht auch durch Wände sogar, oder? Bin ich jetzt gerade los? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber es ist auch egal. Auf jeden Fall sein Gadget. Stunt auch noch die Gegner. Also nicht Stunt. Das Gadget ist halt wie bei Otis, dass die Gegner halt kurzer Zeit nicht angreifen können. Das haben sie schon verschlechtert, aber ist immer noch ein absolut geiles Gadget, was auch sehr überraschend reinhauen kann. Und damit einfach ein super Brawler. Egal ob Solo-Shawdown, Duo-Shawdown und eigentlich in jedem Modus stark. Einziger Nachteil, er hat keine große Reichweite. Also auf völlig offenen Laps ist er jetzt nicht stark. Platz 8 ist Bow. Bow die krassesten Balance-Änderungen überhaupt bekommen. Ihr müsst euch überlegen, Bow hat nicht mal einen Hypercharge. Der hat nicht mal einen Hypercharge und ist auf Platz 8, obwohl er den nicht hat. Und die haben dem einfach ungefähr 17% mehr Schaden gegeben. 17%! Passt ein Fünftel mehr Schaden. Das heißt, Bow ist einfach, keine Ahnung, viel zu krass. Er macht, glaube ich, irgendwie 4.500 Schaden, wenn er alle drei Pfeile trifft. Das ist mehr als eine Piper auf maximaler Distanz. Das ist total krank. Also er ist damit auch super gut gegen Tanks plötzlich geworden. Und ja, mehr Schaden ist halt geil. Vor allem, wenn es 17% sind. Nachteil ist halt nicht die allerhöchste Reichweite. Und man trifft meistens halt nicht alle Pfeile. Aber ist auch wieder ein Vorteil, weil diese Pfeile sich ja aufsplitten. Und dann meistens halt irgendwie schon was trifft. Ja, was soll ich sagen? Ansonsten sein Gadget haben die halt irgendwann halt rausgenommen. Bei dem sich die Ulti automatisch auflädt. Aber das ist eigentlich gar nicht mehr schlimm. Mit diesem Buff, also davor war er schlecht. Und jetzt ist einer der stärksten Brawler. Und wenn der Hypercharge für den rauskommt, dann wäre er vielleicht der stärkste Brawler im Spiel aktuell. Deswegen, ich denke, sie werden es erst mal nicht machen. Mal schauen. Platz 7 ist Lou. Lou hat schon einen Hypercharge bekommen. Und er ist absolut krass. Und zwar, wenn ihr den Hypercharge setzt, werden die Gegner sofort eingefroren. Das ist krank. Das ist wirklich, wirklich krank. Diese Fläche von der Eisfläche, die er dann setzt, ist ja auch unfassbar groß. Ja, Lose Hypercharge ist, finde ich, fast ein bisschen zu krass. Ansonsten auch geile Fähigkeiten, hat eine ordentliche Reichweite und ordentlich Schaden. Und seine Ulti ist super, um Kontrolle zu halten. Wenn ihr die Ulti auf dem Feld habt, dann rutschen alle Brawler darauf aus. Und ja, was soll man halt machen? Man kommt halt teilweise überhaupt nicht weg. Und diese Fähigkeit, Gegner einzufrieren, dass sie auch weniger Schaden machen und Bestand werden für kurze Zeit, also eingefroren werden, ist halt super geil. Für 3 vs. 3, um Kontrolle zu halten. Großer Nachteil, Lou ist halt nicht gut in Showdown. Also ähnlich wie Sandy ist halt diese Ulti geil, um Kontrolle zu halten. Aber halt nicht in Showdown. Habt nicht in Showdown. Platz 6 ist Spike. Spike auch mit einem Hypercharge. Nochmal krasser, Spike war irgendwie, ich sag ehrlich, Spike einer der konstantesten Brawler in den letzten 5 Jahren Brawlers, das ich so erlebt habe. Spike war eigentlich immer gut, außer ich bin jetzt gerade lost und hab's vergessen. Aber er macht halt super Schaden. Damit ist er auch gut im Nahkampf, das heißt gut im Nahkampf, aber er macht auch im Nahkampf damit viel Schaden. Das fände ich halt auch geil. Dann die Starpower Curveball sorgt halt auch dafür, dass sich die Schüsse aufsplitten. Und nur die Brows schaffen es eigentlich nur, das Ganze zu dodgen, also auszuweichen. Die meisten Spieler wie wir oder ich schaffen es eben nicht, diesen Curveball zu dodgen vom Spike. Das heißt, er trifft immer wieder so einen Schuss, hat eine gute Ulti, mit der er super krass verlangsamt. Und ja, was soll man sagen? Gute Range, macht ordentlich Schaden, kann auch gegen Distanz Brawler deswegen mithalten und der absolut kranke Tankkiller. Die Top 5 der besten Brawler in Brawlers ist aktuell. Haltet euch fest, diese Brawler sollten aktuell gepusht werden. Und nicht vergessen, Hypercharges mit eingerechnet, haben wir nämlich direkt Edgar. Das ist krass, ne? Ich hab's gesagt, also die aktuellen Balance-Änderungen, die Hypercharges ändern wirklich einiges. Edgar war lange Zeit einer der schlechtesten Brawler im Spiel. Irgendwo, ich hab erst gestern wieder einen Kommentar gelesen, wo ein Zuschauer von mir so geflamed wurde. Und jemand meinte, ja, du denkst auch, dass Edgar gut wäre. Ja, und Edgar ist tatsächlich aktuell gut. Davor haben vielleicht viele schon so gesagt, dass Edgar gut wäre, aber Edgar war immer sehr, sehr schlecht, weil man einfach im 1 gegen 1 kaum Chancen hatte. Aber die Pros haben Edgar teilweise sogar auf Platz 2 der besten Brawler gesetzt. Aber sein Hypercharge wurde schon wieder verschlechtert. Passt auf, mit dem Gadget lädt sich der Hypercharge von Edgar nämlich automatisch auf. Also nicht nur seine Ulti füllt sich automatisch, sondern auch der Hypercharge. Und das ist natürlich verrückt. Dazu ist ein Hypercharge unfassbar stark. Denn mit jedem Schlag heilt sich ja Edgar selber wieder hoch. Und er macht mehr Schaden. Er hat eine höhere Angriffsgeschwindigkeit und lädt seine Ulti schneller auf während dem Hypercharge. Komplett krank. Also wirklich komplett krank. Spielt aktuell wirklich Edgar. Ehrliche Meinung von den Pros. Mal gerne in die Kommentare schreiben, ob der Brawler immer noch so gut ist. Also ich denke, er ist schon etwas schlechter. Sie haben den Hypercharge schon direkt verschlechtert, weil er eben zu krass war. Aber immer noch für mich Top 5. Platz 4 ist Kit. Platz 4 ist der neue Brawler Kit. Der kommt am 28. raus. Also schon in weniger als einer Woche bei euch. Ich hab Bock. Ich hab wirklich Bock. Also offiziell kommt er am 4. raus. Am 4. mit der neuen Season. Aber am 28. könnt ihr euch schon vorher kaufen mit dem Early Access Paket. Ich denke, es wird wahrscheinlich so... Ich befürchte, wahrscheinlich hat es bei... Also bei Chuck hat es 23 Euro gekostet. Ich denke, bei Kit wird es wahrscheinlich mindestens 30 Euro kosten. Vielleicht sogar 40 oder 50 Euro. Werden wir rausfinden. Aber da wird eine Menge drin sein. Wahrscheinlich ziemlich teuer. Kit ist der beste Showdown Brawler, sag ich. Denn jeder Cube bei Kit zählt doppelt. Das heißt, ja, Powerwürfel, wie sie auf Deutsch heißen, werden verdoppelt. Und das ist halt so eine kranke Star-Power. Das heißt, für Showdown halt absolut krass. Dazu kann sie auf andere Brawler springen. Und für Duo-Showdown stelle ich mir krass vor. Ich glaube, vor allem für Duo-Showdown. Die Cubes zählen doppelt, die ihr beide sammelt. Und dazu ist sie ein Supporter. Die kann auf euren Rücken jumpen, euch healen und werfen. Macht sehr viel Schaden dann. Das ist eigentlich so, wie ich sie spielen würde. In 3 vs. 3 ist sie, denke ich, dafür nicht so stark. Also nicht ganz so stark. Sondern halt nur im vorderen Mittelfeld. Aber immer noch ein geiler Supporter. Und ja, sehr nervig. Nachteil, sie hat halt nicht so viel Leben. Und macht auch nicht so viel Schaden. Aber ihre Ulti ist geil. Lährt sich automatisch auf. Und sie hat ein Gadget, mit dem sie sich unsichtbar machen kann. Also das sind eigentlich schon genug Fähigkeiten. Vor allem mit den Cubes, die sie, denke ich, sehr stark machen. Kann sein, dass ich sie ein bisschen zu hoch einschätze. Aber gerade für Showdown zieht sie doch safe Top 10 auf jeden Fall. Selbst wenn ich sie überschätze jetzt. Und damit kommen wir zu den Top 3. Der besten Brawler aktuell auf dem dritten Platz ist Fang. Als der Hypercharge von Fang eingeführt wurde, konnte man es echt nicht fassen. Der Hypercharge hat sich viel zu schnell aufgeladen. Der war unfassbar krass. Und er kann durch Wände gehen. Und Fang war davor schon ein Top 10 Brawler im Spiel. Mit dem Hypercharge war er mit Abstand der beste Brawler im Spiel. Aber, weil er eben viel zu stark war, haben sie den Hypercharge schon jetzt verschlechtert. Dass er sich eben langsamer auflädt. Und das macht schon einen ordentlichen Unterschied. Deswegen nur auf Platz 3 gesetzt. Aber immer noch absolut krank. Spielt auf jeden Fall Fang. Also, wie gesagt, er war davor schon stark. Mit dem Hypercharge jetzt ist er so gut wie unbesiegbar. Sobald man diesen Hypercharge einmal hat. Und bekommt es eben hin. Vor allem mit der Starpower kann man seine Ulti mehrfach dann oft drücken. Wenn man einen Kill macht. Oder auch mehrere Gegner gleichzeitig trifft. Man kann es schaffen, ein ganzes Team alleine rauszunehmen. Und das macht nicht nur mega Spaß, sondern ist auch unfassbar stark. Für mich aktuell vom Spaßfaktor deswegen auch Fang auf Platz 1. Aber, wie gesagt, von der Stärke aktuell auf Platz 3 insgesamt. Ja, seine einzige Schwäche würde ich sagen. Mir fällt gar keine Schwäche ein, eigentlich ehrlich gesagt. Ihr könnt seine Ulti sehr leicht aufladen. Er macht halt auf Distanz keinen Schaden, logischerweise. Er hat noch ein super starkes Gadget, was stunnen kann. Also, mir fällt echt nicht viel ein, was ich zum sagen soll. Außer, dass er immer noch zu krass ist. Auf jeden Fall, obwohl er schon verschlechtert wurde. Jetzt direkt. Ja, ist zu stark. Und damit Platz 2. Platz 2 der stärksten Brawler aktuell ist für mich und auch für die meisten Pros Maisie. Maisie auf jeden Fall komplett krank. Was soll man sagen? Sie war davor schon super stark. Das Geile ist vor allem, sie ist ein super guter Konter gegen Tanks. Und das Krasse ist vor allem, diese Kombination aus dem Gadget, mit dem sie nach vorne dasht. Und der Ulti ist total krass. Also, ihr müsst zuerst die Ulti drücken und dann schnell das Gadget drücken. Das heißt, dann braucht die Ulti halt kurz, bis sie aktiviert wird. Und währenddessen geht das Gadget, sie dasht nach vorne und hat eine riesige Reichweite, mit der alle zurückgedrängt werden. Das ist total krass. Mit der Star Power werden dann noch alle verlangsamt. Und sie hat fast schon wieder die nächste Ult. Und kann alle im Umkreis vor allem killen. Und kann ganze Teams damit rausnehmen und verlangsamen. Das ist halt so das krasse gerade an ihrer Stärke. Das ist halt so krass gerade, was sie so stark macht. Dazu hat sie halt gerade eben noch ihren Hypercharge bekommen. Den Hypercharge finde ich eigentlich gar nicht mal so krass, dass die ganzen Angriffe in alle Richtungen gehen. Aber, wenn ihr überlegt, ihr habt die Ulti, aktiviert die, macht noch mehr Schaden, seid noch schneller und könnt noch besser alle Teams verlangsamen damit. Das ist halt das Krasse. Man kann sie fast nicht aufhalten. Und die Ulti geht auch durch Wände durch. Und damit super gegen Tanks. Einzige Schwäche, sie hat jetzt nicht die allerbeste Reichweite, muss man wirklich sagen. Also vor allem, vielleicht auch für Shorter nicht ganz so krass dann dadurch, würde ich sagen, weil sie halt auch eher für 3 vs. 3 geeignet ist. Aber trotzdem für mich der zweitbeste Brawler. Und das gilt tatsächlich für das aktuelle Spiel. Denn sie ist aktuell der beste Brawler, sogar der noch im Spiel ist. In Platz 1 ist Lowey und Lowey. Wenig überraschend. Der Brawler ist noch nicht mal im Spiel, wird aber auf jeden Fall mit großem Abstand. Nicht nur der beste Brawler im Spiel, sondern wie er aktuell ist, der beste Brawler aller Zeiten. Ich weiß noch nicht, ob das 1 gegen 1 gegen die Pro-Spielerin, äh, gegen die ehemalige Pro-Spielerin Sunny hochgeladen worden ist, aber es war total krank. Also, sie hat eigentlich fast nie eine Chance gehabt. Ihr müsst überlegen, passt auf. Der Brawler ist der Werfer mit der höchsten Range im Spiel. Macht dabei den höchsten Schaden. Ihr könnt diesem zweiten Angriff auch nicht ausweichen. Also ihr bekommt immer diese ungefähr 3.500 Schaden von ihm auf maximaler Reichweite als Werfer reingedrückt. Mit super viel Leben. Dazu lässt sich seine Ulti super schnell auf. Und jetzt passt auf, die Ulti ist doch total krank. Mit der Ulti kriegt ihr eben einfach einen Mate, einen Bot dazu. Und dieser Bot kann mit der Star-Power den kompletten Schaden tanken. Das heißt, ihr werft den Bot nach hinten zum Beispiel und geht nach vorne. Und jeder Schuss, der euch trifft, trifft den Bot. Das heißt, ihr stirbt erst, wenn der Bot down ist. Ihr müsst also immer beide down kriegen. Und zusammen haben die etwa, ich glaube, 13.000 Leben. Und das als Werfer. Und der andere, der Bot ist ja auch noch ein Distanzkämpfer, der super viel Schaden macht. Das ist wirklich das krasseste und OP-ste, was sie seit Ewigkeiten rausgebracht haben. Seine Bewegungsgeschwindigkeit ist dazu noch schnell. Einfach. Also er ist noch ein super schneller Brawler, der auch gut dodgen kann dadurch. Also ausweichen. Und sein Gadget sorgt dafür, dass der Bot und er die Positionen tauschen. Das heißt, ihr könnt auch den Bot nach vorne werfen. Dann geht er low. Und dann tauscht er so die Positionen. Von ganz weit weg geht es auch. Die beiden healen noch. Ja, ist lächerlich. Und mit der Ulti, in 3 gegen 3, wenn er erstmal die Ulti hat, kann er gegen jeden Brawler locker gewinnen. Gegen jeden. Und ist damit der Abstand der stärkste Brawler aller Zeiten für mich noch deutlich besser als Rosa. Eben weil er das Ganze noch hinter der Wand aufladen kann. Und ja, dann einfach unschlagbar ist. Also das hat es so noch nie gegeben. Ich denke, die werden ihn noch verändern. Ich glaube nicht, dass da so ins Spiel kommen wird. Und wenn schon, dann wird es krank. Schreibt eure Meinung zum Ranking und eure Plätze natürlich gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne fleißig mitdiskutieren. Und ansonsten, wie immer, lasst gerne ein Abo da für mehr Brawlers. Und es müsste noch vor Weihnachten sein. Noch bis Weihnachten ist mein neuer Merch erhältlich auf jojonas.shop oder bei dem ersten Link in der Beschreibung. Also schaut gerne vorbei, wenn ihr Bock habt. Und dann würde ich sagen, danke für jeden Support. Ich hoffe, es war ein gutes Ranking für euch. Es war eine Menge Aufwand, das Ganze zusammenzutragen. Und haut rein, bis zum nächsten Video. Und danke fürs Zuschauen. Ciao.